Was für wem ich vor dem Tag? Habt ihr da noch einen Ablenker? Ja. Ich weiß was, wir warten kurz und ab. Sagen wir dir nach ihm. Euch fändige Ablenker sind gut. Aber euer ist nicht qualifiziert, ne? Ja. Ja. Macht andere ganz gut mit ihm. Ja, war mühevoll, ne? Ja, aber das Projekt war nicht so einfach, sagt sie, ne? Ja, ja. Ich hab's nur immer gehört, dass es schön sein soll. Ja, weil die gucken irgendwie über den Wall und gegen andere Pferde. Ja, aber sie hat ja keine Einfragen. Die Ecke geht ja auch mit Wedel. War das ja auch eine sinnvolle Einfragen. Also Wedel ist ja... Wir haben nur das Grundproblem, dass er nicht genug runterkommt. Er hat eigentlich einen guten Grundschritt. Ja. Aber er lässt nicht die rot. Eigentlich hat er auch einen 8.5. Schreiberstadt. Ich war ja Henssler. Aber das steht ja sehr lieb. Aber... Wir sind ja hier... ... und haben uns... ... mit den Eurosen in der Bereich nicht reden. Ja. Ja. Die ist äh... Ich habe gute Prüfungen gesetzt, aber so war dann ein bisschen unkonsensiert ein paar Sachen. Also ich bin mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich habe das ganz schnell gegangen, nicht so gut gespart. Ich habe das ganz schnell gesagt. Wir müssen nächstes Jahr mal zum Bärby kommen, wenn man fragt. Ja, nein, ich weiß, dass die Brände, warum bin ich auch immer zu gut, wenn ich da war, weil ich sehr am Bärby bin. Wir haben dieses Jahr 85. Wir haben sehr wahrscheinlich das Bommeljahr, das ist jetzt noch 68. Die hier selber rein sind. Und dann können wir noch viel mehr machen. Dann können wir diese zweite Tour auch als ein Video ausbauen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.